Hallo zusammen, ich bin Lara, eine Karosserielackiererin bei Bartlome AG. Ich bin jetzt im ersten Lehrjahr und zeige euch heute mein Berufsalltag. Kommt doch mit und schauen! Ich habe den Betrieb bei Bartlome AG ausgewählt, weil er für mich ein sehr näher Betrieb ist. Ich habe nur 10 Minuten Arbeitsweg, von diesem wäre ideal. Dann ist er auch ein super Ausbildungsbetrieb und wird auch hoch im Lackier- oder Karosseriewesen angesehen. Ich wusste zuerst lange nicht, dass ich lernen möchte. Meine Familie ist im Autogewerbe tätig. Da habe ich mich herumgeschaut, was es für die Berufe gibt. Der Lackierer hat mich von Anfang an angesprochen. Ich bin zu schnuppern und für mich war klar, dass ich eine Lackiererin lerne. Das Schönste am Beruf ist für mich ganz klar, zu lackieren und dazu auch, das Ergebnis am Ende des Tages zu sehen. Das Team, finde ich, ist super aufeinander eingestellt bei uns im Betrieb. Auch wenn ich mal nicht weiss, was ich mache oder wie es geht, kommt sofort jemand zu, mir zu schauen und zeigt mir das wirklich ausführlich. Und von dem her, ich könnte mir wirklich kein besseres Team vorstellen. So, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen in meinen Berufsalltag. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt auch die Berufe stuppern. Tschau zusammen! ZS till 35ern Von der Gäste